So, Leute, Leute, wir haben noch ein Video und heute spielen wir wieder Popperthals in Deutschland. Oh, ne. Ja, ist nicht alles geladen. Oh, ist das ein Daktio. Hm, komisch, komisch. Eine RTW? Äh, oh, das lebt ja wohl übelst wieder. Äh, oh, wie leckt das, Inggris? Äh, äh, gibt es jetzt einen, äh, kann man, ist das ein Kindstienst? Äh, äh, ja. Na, kann ich sagen, das ist wieder, ähm, das Start Team? Äh, äh, äh. Äh, 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 willkommen beim Malmitte und mit Spiele, hab ich schon gesagt. Ja, äh, 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 okay. Und, ja, ich, übrigens für die DC-Gruppe und für die Main-Gruppe werde ich dann in der Beschreibung verlinken. Und, ach, tun wir mal. Oder, ne, ich bin jetzt mal kurz. Also, ich glaub' alles. Aber? Also, äh, also einer als Rettungsdienst. Ich muss mal kurz nachgucken. Hm. Hm, ich guckte noch. Ja. Ich werd mal kurz gucken. Ich glaub' nicht, oder? Hm, doch. Oh, cool. Also, ähm, das ist die neue, ein, ein neues Team, das wir jetzt, ähm, also, wo wir jetzt arbeiten können. Es gibt jetzt den Rettungswagen Mercedes-Benz Sprinter. Und, ja. Und, ja. Es gibt jetzt schon den Schimpf auch, ne? Weil ich kleine Fahrzeuge mag, weil ich so nicht so klein und dünn gemacht habe. Also, nicht dünn, aber so klein gemacht. Das find' ich schön. Ja. So, ja. In drinnen sieht's auch gut aus. Ich mag lieber was leise, sonst hätt' man mich gar nicht mehr. Ja. Also hier, ja. 2 oder 3. Ich glaub', die könnte man dann irgendwann mal öffnen. Oh, ja. Blaulicht. Na, wegen der niedrigen Grafik wird's bisschen kacke aussehen. Also, ich glaub', ist gut. Serene. Gut. mit der reine 2 hat noch gar kein sound egal wir können wir können jetzt mal heute gucken ob wir verletzt oder so haben die kontrolle das wird ja spannend ich wurde von den ich wurde von den creator angeschrieben und dass sich ein Wuppertal Video gemacht haben in ihrer Gruppe die Spuren haben also danke vielmals die nicht mehr also mal gucken was noch viel Neues gibt kommen sie jetzt Günther das ist sehr schön die ja also heute war ein ganz normaler Tag schöner Montag oder schlimmer Montag ich wohne in einem anderen Bundesland also nicht in bekannten oder berühmten also nicht in berühmten wo viele leben und so 6 ein paar Kindes oder nicht aber ich glaube die meisten es ist rot tatsächlich da fährt jetzt wieder eine und und also auf Ampel müssen wir reagieren ich weiß nicht ja doch ach schon kommen fahrne mal den BR-Zug aber ich finde ich den BR-Zug in grün von Leipzig besser von also also nicht besser ja sieht schön aus ja weil ein paar werden sagen also da ist nicht zu also da ist nichts zu zu tun zu tun Alter ja übrigens beim letzten Video Dacke für den Dislike um na mäsigen für sich egal bin ich likes bekommen und auch nicht äh oh mein Gott wann lekt sie mir übelst grad ich weiß nicht wann es äh Taxi ihres Vertrauensnummern 1 1 1 äh es mal polizei nach 1 ja doch 1 nein nein 1 1 1 2 ah ja als Taxi 1 1 1 1 1 1 1 die Creator Party das muss ich mir jetzt machen ne es läuft genau die Musik von Rocket League äh ich glaub das ist neu ist sie bei jedem Server da oder so nice ne ach so stellt man sich glaub ich hier oben keine Ahnung aber schon nice ne ups ich muss mal eine Rettungssitzung aber ähm aber ich glaub hier wird noch weiter gebaut bis dort äh 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 okay das Ding kann fahren verfolge ich oder soll ich nicht ne ich fahr vielleicht nach links was oh alter es leckt auch übel gerade ich hab gesehen man kann oder kann man es ne ne ähm warte mal kurz irgendwo kannte man die Shadows hier äh ja hier äh selber ich glaub jetzt wirds nicht legen oder oh oh na tatsächlich nicht ich glaub wegen den Shadows lebe ich übel ja schon besser ich muss ja mal wissen besser sehen ja okay geht oh ja also nee auf 10 geht schon ein bisschen ja so ist schon besser ja ja oh 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 wer ist denn überhaupt das Daffler wir müssen noch kurz gucken ähm ähm ne naja das wird eh jetzt ah I'm Collegiate was will den kenn ich ja ja doch aber nein ist alter komm so reicht jetzt der macht weg äh ähm der laufende Fisch achso hier wird noch geboren ja wie schön wie schön aber nee alle Kuchen letztendlich ist doch 20 nie und dann Maximilian ist er hier und die schöne Grüße und die Grüße ja sehr schönes Game soviel kann man auch nicht sagen außer aber dass man leckt ja 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 Mieter also ich werde ab und zu in die und und vertreten sich nicht wie es machen und hier brauchen sie den Wettungsdienst dann schreiben sie mir eine Nachricht die Schöne informieren in Format als beides und gleich schnell sein wie alle die 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 ja ich arbeite schon der Polizei die Mensch anlegen hier die meisten nirgendwo ja ganz schwierig und so schlapp es gibt es keinen einsatz also bis jetzt gibt es keine entsetze also automatisch das so auch wie bei taxifahrer leute wie das hier ist ja so es wäre neust du bist du nicht das krankenhaus das ist ja die neue bank die mich mit es war schüttiert hier die türe eingangene schönes türe eingang die sparkasse aber ja ich habe leider alles abgeschissen und schönes foto und zu drücken der rettungsdienst hier nicht was ich bin doch ein schlauer fuchs so gut ist sieben neun schnacht nehmen 1 5 so wie für die ehemaligen die mit ihm zu so anhört wie sie sind 8 aber wir haben eine kurze zahlprobleme 2 und das ist das resor nicht oder aufbrechen das wird lange 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 ich hab also funktionen geht glaube ich jetzt vielleicht ich glaube nach dem tresor gehe ich zur rettungsdienst wachsendern und ja m m m spiel zum fünftigen meisten sind von der quelle berlin ist doch echt lange man muss lieber man ist kürzer machen so fast eine minute hallo gut sieben schilder schon wieder die hallo ich glaube es gibt noch nicht ja wo auch niemanden Prozent 9 okay jetzt weiß ich den Code nicht in der Linie gefangen und er wird hier gefangen die Fie an der das Essen mit dem Video und ich euch gefallen hat an der Ecke und ja bis dann und zu tun